Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube und Bob It! Heute spielen wir Bob It. So sieht das Teil aus hier. Bob It, hier kann man drehen und ziehen und hier kann man draufhauen. Dann geht doch gleich die gute Musik los und einige coole Sprüche. So und wir fangen jetzt an. Lauf. Geht's los? Lauf. Dann hast du Solo. Klopfen. Klopfen, machen wir nicht. Konzentrier dich. Weitergehen. Party. Dann gibt es hier noch drei unterschiedliche Spielmodi. Einmal Solo. Weitergeben. Weitergeben. Party. Das spielen wir. Seid ihr bereit? Ja. Dann geht's los. Ich habe jetzt mal gesucht. Künfte. Ziehen. Knie. Weitergehen. Wo scheiß ich? Drehen. Drehen. Ah. Ah. Ich helfe dich. So, dann bin ich jetzt dran. Mach nichts. Gut gemacht. So. Nächstes dran. Schulter. Fuß. Geh mal hier rüber aus dem Weg. Mann. Weiß doch, als ich das erste Mal Bob It, du bist raus. Zu schnell. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ihr seid ja beide raus, ne? Ja. Ihr müsst euch hinlässt. Jetzt geht's nur bei uns weiter. Klopfen, um zu starten. Klopfen, um zu starten. Ziehen. Drehen. Bauch. Gut. Weitergeben. Papa ist dran. Ziehen. Ziehen. Drehen. Schnee. Drehen. Ziehen. Drehen. Drehen. Ah. Zu schnell für dich. Nein. Das heißt, ich hab gewonnen. Ja. Dabei warst du nur einmal dran, ne? Ja eben. Unser Sieger. Ja toll. Bei Bob It gewonnen. Ja. Zu schnell für dich. Du bist raus. Verloren? Keiner hat gewonnen. Nein. Ja. Okay. Das war's hier mit Bob It. Verlierer, Verlierer, Verlierer. Gewinner. Genau. Und du hast am nächsten durchgehalten. Aber du hast auch nur einmal gespielt, oder? Ja, natürlich. Das ist eigentlich unfair. Ja. Das ist Bob It. Macht auch immer Spaß. Cooles Spiel. Ja. Und richtig schönes Partyspielen. Mhm. Ja und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.